Liebe Gischt, es freut Daniel und mich mehr oder weniger schon die ganze Woche. Dass wir auch als nächsten musikalischen Höhepunkt einen absoluten Spezialgast präsentieren. Wir haben lange nicht geglaubt, ob das überhaupt klappt. Schaffen wir es. Wir haben lange um solche Vertragsverhandlungen gehabt. Angst und Bange. Blut haben wir geschwitzt und wir haben es geschafft, liebe Gischt. Wir haben es geschafft. Freut euch und begrüße mich mit einem herzlichen Applaus da auf der Bühne. Tabea. Freut mich, liebe Tabea. Du trägst gerade Platz. Lieber Tabea, wie wir es in der Probe schon miteinander besprochen haben, würden Daniel und ich jetzt miteinander das Lied singen und auf das Stichwort Amen, wie der Kölke, Amen, wirst du Glöckchen wie eine Ministrantin. Wenn es geht, würde ich das auch nicht. Daniel und ich singen jetzt miteinander das Lied. Das ist der Lied, den ihr alle mitsingen könnt. Es hat einen relativ eingängigen Text. Die gehen jetzt einmal davon aus, dass ihr alle Spanisch könnt in dem Saal. Der Text geht auf Spanisch. Decisiones, gada dia, alge pierde, alge gana, ave maria. Auf Deutsch verlass, Entscheidungen, jeden Tag eine, der eine verliebt, der andere gewöhnt. Ave Maria. Viel Vergnügen. Ist ein absoluter Gassenhauer. Das ist ein absoluter Gassenhauer. Das ist ein absoluter Gassenhauer. Das ist ein absoluter Gassenhauer. Untertitelung. BR 2018 Decisiones, garantía, alguien pierde, alguien gana, Ave María. 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 Decisiones, garantía, decisiones, garantía, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Amen. Einen herzlichen Applaus für Tabea! Liebe Tabea, herzlichen Dank. Das war ein Gastspiel. Wunderbar. Wunderbar. Also. Wahnsinn. Ein riesen Talent, unsere Tabea. Wir haben ja eine extra Form. Wir haben ja eine extra Formanlass da. Ja. Smogelsbeck. Da haben wir noch ein Selektionsverfahren gemacht. Ein sogenanntes Casting haben wir natürlich geführt. Und nichts gegen die Neckartalen rundherum. Und zugewandte Orte. Wirklich. Ich habe nichts gegen die Neckartalen und so. Die Toggenburgen. Nichts. Aber also. Da haben sich ja... Also eine Hagwa hat sich gemalt. Entschuldigung. Aber ich muss es sagen, weil... Es ist sofort, wo wir dann... Ist wahr, Dani? Gell? Wo wir dann... Wo denn sie... Also. Stand nochmal auf der Bär. Wo sie natürlich den Triangel und... Und das Glöckli... Sie hat ja noch Trompe. Also. Alles hat sie noch. Gell? Haben wir gesagt. Nein, nein. Glöckli langer Pfarrer. Aber sie hat irgendwas gehabt. Irgendeine Qualität hat sie gehabt. Gell? Irgendeinen so einen... So einen rhythmischen Blick oder so. Und also. Wahnsinn.